Ja, komm, wir gucken uns das an. Warum Ron Bilecki nichts dazugelernt hat, das klingt doch spannend. Das gucken wir uns an. Warum hat denn Ron Bilecki nichts dazugelernt? Jetzt bin ich doch mal gespannt, Sascha. Komm, erzähl uns doch mal was dazu. Da habe ich einen Zuschauer von mir getroffen und er wusste nicht, auf Anhieb, wer ich bin. Und da habe ich ihm Zeit gelassen und er meinte, jetzt weiß ich's, Pflanzi. Und da wusste ich, Pflanzi ist wirklich der heimliche Star dieser Videos. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu Sonntag 18 Uhr. Das letzte Sonntag 18 Uhr in diesem Jahr. Bevor das neue Jahr anbricht, liegt eurem Ge... Ich achte jetzt nicht auf dieses Mikrofon. Ich habe drauf geachtet und ich höre schon wieder mehrere Sauschen. ...weil Sascha etwas auf dem Herzen. Und zwar der Fall Ron Bilecki. Ein Typ, der primär durch Saufen seinen Höhepunkt auf YouTube erreichte. David, ich wünsche dir was, man. Und dann von allen Seiten kritisiert wurde. Er hat beschlossen, ein Sober Oktober zu machen, also einen sogenannten nüchternen Oktober. Um dann im nächsten Schritt durch ganz Deutschland zu touren mit einer Biermarke. Und ich frage mich, wozu das Ganze? Nochmal eine ausführlichere, aber kurze Zusammenfassung für diejenigen, die Ron Bilecki nicht so aktiv verfolgen. Und auch alles nach seinem Ausraster nicht mal richtig mitbekommen haben. Alter, 500 Euro, die pisse ich! Ron ist ein ehemaliger Fitness-Youtuber, der an sich für viele anscheinend eine unterhaltende Art hat. Und mit den Jahren rückte Fitness immer mehr in den Hintergrund und er erkannte seine Liebe zu Alkohol und zu... Alter, alter, alter. Der trinkt gerade... Ist das eine Belvedere oder eine Grey Goose-Flasche? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist eine Belvedere-Flasche. Guck mal, wie er die hinterkippt. Er rückte Fitness immer mehr in den Hintergrund und er... Alter, wie kann man es so bestören? Guck mal, guck mal, wie er schluckt das alles hinter. Yo, holy shit. Zu Alkohol und... Der schluckt das einfach direkt hinter. Es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie mal kurz pausiert. ...zu Vermarktung von seinen exzessiven Besäufnissen auf YouTube. Seine Vlogs bestanden aus Saufen, Frauen sexualisieren und dem Absturz. Und die Leute fanden das super. Und Ron erreichte in der Zeit, wo er exzessiv gesoffen hat, die meisten Abo-Zahlen, weil die Leute es eben einfach unterhalten fanden. Außerdem führte er einen Signature-Move ein, den er eigentlich nicht erfunden hat, aber mit dem man ihn verknüpft in Deutschland, und zwar den Tornado. Und so sah man... Junge, der hat davor schon reingehauen. ...hat aber mit dem man ihn verknüpft in Deutschland, und zwar... Warte mal, wie er sich das schluckt... ...den Tornado. Und so sah man... Alter, du bist doch danach tot. Du bist doch danach tot. Der trinkt das einfach, als wäre das Wasser. Der trinkt das noch heftiger als Wasser. ...wann überall Leute, die Tornados zündeten. Ob Frauen... Zündet den Tornado! ...Männer oder Kinder. Kevin zündet jetzt Tornado! Das Lustige an der ganzen Sache ist, mein kleiner Cousin betrifft mich da. Sehr gerne. Er brachte seinen eigenen Wodka raus, einen NFT, machte Werbung für Casino und genoss sein Leben in vollen Zügen. Doch mit der Zeit wurde die... Es gibt halt wirklich keinen oder fast keinen, der eigentlich so viel Scheiße gemacht hat wie... Also er steht ja wirklich fast nur für moralisch eher verwerflichere Dinge. Das ist insane. Tick lauter. Der erste Shitstorm kam, als sein NFT sich als Scam rausgestellt hat. Was nicht so sehr, sehr geil war, war mein NFT, den ich rausgebracht habe. Und mir wurde dann auch ganz schnell klar, das ganze Ding ist nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Der Fehler ist dieser Idiot hier, weil dieser Idiot den falschen Leuten vertraut hat. Zudem machte er auch Werbung für Glücksspiel, sodass am Ende sogar gegen ihn ermittelt wurde. Und am Ende entschuldigte sich Ron für seine arrogante Art und wurde zum Meme des Monats mit diesem Spruch. Was? Die 1500 Euro, die piss ich. Wir müssen uns mit so Geringverdienern nicht abgeben, komm. Und so sah man einen Hoffnungsschimmer, als Ron dann ein Video hochgeladen hat, wo er dem Alkohol abschwören wollte. Irgendwie habe ich dann auch so immer weniger Bock auf YouTube gehabt und let's end... Die ganze NFT-Sache ist ein purer Skandal drin. Das Problem ist an der Stelle, das war auch die Zeit, da habe ich viel mit Julien Bam, hatte ich sogar da Kontakt gehabt. Weil er mir so gesagt hat, das war auch zu der Zeit, wo Monte diesen NFT-Skandal hatte. Wo er ja übel viel beworben hat und da hat sich herausgestellt, dass 80% davon einfach gescammt ist. Oder einfach nur Scammer-NFTs sind. Und er hat zu der Zeit, weil das auf YouTube auch schon wieder hochgekocht ist und viele haben dazu was gesagt. Der hat dann zu so gesagt, ja hier, weißt du, und ich leide auch unter anderem darunter. Ich habe ja, der hatte ja auch so ein NFT, ich weiß gar nicht, NFT hieß das glaube ich. Oder heißt es jetzt immer noch, ich weiß nicht, ob es das noch so gibt. Der hatte auch so ein NFT-Zeug, so eine eigene Seite. Und das hat übel drunter gelitten unter diesem schlechten Ruf von NFTs. Ja, deswegen wurde da auch, wurde es da viel abgekackt. Also Leute, die eine gute Intention hatten mit NFT, die waren halt auch mit am Arsch, weil es Leute gab, wie ein Ron, wie ein Monte, die Dinge beworben haben oder auch erstellt haben, die einfach Scam waren. Also so übel traurig eigentlich. Und letztlich ist mir dann auch aufgefallen, dass ich irgendwann mal schon doch eine 5-Raum-Wohnung am Kurfürstendamm in Berlin versoffen habe. In nicht allzu langer Zeit. Und das hat dann auch irgendwann mein Papa mitbekommen. Das ist das, was mir vermehrt aufgefallen ist, dass er bei dem Alkohol-Thema immer aufs Geld geht. Dass sein Vater das nicht gut fand, dass er so viel Geld versoffen hat. Dass er es nicht gut fand, dass er so viel Geld versoffen hat. Und das ist eigentlich nicht der springende Punkt, wenn du exzessiv Alkohol säufst, sondern dass es um deine Gesundheit geht. Kurz bevor wir hierher geflogen sind zum 12 Oktober. Digga, ich habe auch mittlerweile echt kein Blut mehr, diese ganze Kohle aus dem Fenster zu schmeißen. Und im gleichen Atemzug bleibt aber Ron in seiner Rolle und sagt, hey, Business Ron is back. Aber Business Ron hat da eine Idee, denn ich lasse jetzt einfach die Glutz für mich bezahlen. 4.11., weiß ich jetzt schon mal, bin ich im Go-Park in Herford. Kommt gerne vorbei. Und in all den Videos, die kommen, klingt das alles so harmlos. Er hat nie zugegeben, dass er suchtkrank ist. Er hat das vielleicht eher bei Zigaretten zugegeben, aber nicht bei Alkohol. Zumindest habe ich das nicht gehört. Aber man hat deutlich gemerkt, dass er nicht mal die richtige Wahrnehmung dafür hatte. Denn er hat das wirklich so massiv verharmlos in einem Interview mit Leeroy. Ich meine, jeder hat bestimmt schon mal irgendwie mein Bier getrunken. Oder mal zwei. Ja, oder mal eine Wodkaflasche. Mit einer Wodkaflasche in den Tornado gezündet. Oder das einfach hinterher geschluckt, als wäre das Wasser. Das hat jeder schon mal gemacht. Oder mal drei. Und dann wird man einfach so, ich bin für eine Entspannung. Ich lege mich dann zurück und habe einfach gute Laune. Nach zwei, drei Flaschen oder Gläsern Bier kann ich auf einmal voll gut Englisch. Und natürlich kann man nicht eine Ferndiagnose. Ja, das ist sehr gut zu sagen, dass man trinken sollte. Oder dass das Trinken einfach auch gute Effekte hat. Auch vor allem für die jüngeren Zuschauer finde ich immer eine sehr gute Sache. Aber bei Ron merkt man halt auch einfach, er verharmlos ist das mit ja zwei Bierchen. Das, was der macht, ist halt eher zwei Flaschen Wodka vielleicht hinterkippen. Und wenn du über einen so langen Zeitraum Alkohol trinkst, dann geht das nicht spurlos an dir vorbei. Egal, ob du Pole bist oder nicht. Ich hatte keine Kraft dafür. Und das war, glaube ich, das hat auch so ein bisschen mit diesem Rauchentzug zu tun. Wenig Kalorien, das war genau der Tag, wo es mir so scheiße ging, wo ich meinte, lass mal losfahren. Das kann auch vom Alkohol kommen, by the way, mit dem Herzrasen, ne? Ja, zum Beispiel Goel meinte, es kann auch Entzugserscheinungsmäßig sein, dass man sich das ein bisschen einbildet. Weißt du, ich fühle mich wieder, man merkt, man läuft wieder gerade. Du hattest halt so Hänger dann auch, du warst viel langsamer beim Reden. Und man hat doch gemerkt, du hast vorhin gemeint, wie war die Frage nochmal? Ja, genau. Und hast halt so mit einem Joke überspielt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie erwähnt er nie das Wort Alkoholentzug. Ja, es heißt Sober Oktober, also nüchternder Oktober. Aber ich habe das Gefühl, dass er gar nicht richtig zugeben will, dass er auf Alkoholentzug ist. Er sagt, dass er seine Grenzen kennen würde, aber im gleichen Atemzug sagt er, man läuft wieder gerade. Und manches davon begründet er einfach mit Nikotinentzug. Das hat auch so ein bisschen mit diesem Rauchentzug zu tun, wenig Kalorien, das war genau der Tag, dass es mir so scheiße ging. Wenn man sich das nicht selbst eingestehen kann, wie soll man dann glaubhaft seine Grenzen kennen? Daraufhin hat Business Ron aus seinem Sober Oktober eine ganze Vlog-Reihe gemacht, wo er das festgehalten hat, wie der Entzug sozusagen für ihn ist. Ich meine, wenn du dir vornimmst, einen ganzen Monat lang nüchtern zu sein, dann ist... Ron ist mein Vorbild. Ich finde, da hast du dir ein gutes Vorbild rausgesucht, Ruthann. Meins persönlich auch, weil die 1500, die püsse ich dann halt auch einfach. Das ist meiner Meinung nach schon eine Art Entzug. Denn wenn es ja so einfach für dich wäre, dann müsstest du dir das nicht einen Monat lang vornehmen. Ich bin ein Mensch, ich glaube, ich kenne meine Grenzen. Und zuallererst dachte ich mir, okay, irgendwie cool, weil er kann so Leute animieren. Und Leute haben auch in den Kommentaren geschrieben, hey, du bist voll inspirierend und ich ziehe jetzt auch durch. Ich habe auch eine latente Neigung zu Alkohol und du motivierst mich einfach. Aber andererseits finde ich es auch total absurd, dass man aus einem Entzug Vlogs macht. Und das ist wie eine Art Urlaub darstellt. In der Sonne, in Barcelona, man trainiert den Tag über, man spielt da ein bisschen am PC und ihr könnt zugucken, wenn ihr wollt. Und Ron verdient damit halt ernsthaft noch Geld. Und vor allem, was mich in diesen Videos extrem stört, ist, dass in den wenigen Fällen ein Entzug so aussieht. Du bist nicht in Barcelona in der Sonne und trainierst mit deinen Freunden und spielst dabei am PC. Man kann aber aus Vlogs machen, wenn du vielleicht auch Aufklärungsmaßnahmen betreibst. Wenn du vielleicht Links in die Infobox postest, wenn du sagst, hey, ich möchte aufklären, Alkoholkonsum ist in dem Maße nicht gesund. Aber ich kann verstehen, wenn die Meinung in diesem Aspekt unterschiedlich ausfällt, wenn manche sagen, hey, wenigstens tut er was. Vielleicht kann er einfach nicht so gut drüber reden. Okay, kann ich noch alles akzeptieren? Ist das ja meine Meinung. Und das ist ja voll in Ordnung. Doch was das Ganze unglaubwürdig macht, ist eben, dass Business Ron nochmal dazwischen grätscht. Und nach diesem Sober Oktober einfach eine Club-Tour macht mit Salitos. Junge, was? Okay. Na gut, man muss an der Stelle sagen, es heißt ja auch nur Sober Oktober und nicht Sober Forever. Das muss man natürlich auch an der Stelle sagen. Aber du willst wegkommen von etwas, ziehst das durch. Ich hoffe mal, er hat das auch richtig durchgezogen. Und machst danach instant weiter mit dem Ungesunden. Das ist natürlich etwas, das bringt dich wieder auf die richtige Spur auf, muss ich auch sagen. Also, was denkt man sich denn dabei? Wie läuft denn eigentlich da so sein Kanal? Äh, Stein Adler, müsste ich später mal, wenn dann reden darüber. Ähm. Ron. Bilecki. Wie läuft denn sein Kanal? Ist er wieder besser geworden? Oder stärker geworden von den Klicks? Naja, man hat weniger Videos gemacht. Ja, aber ganz schön gute Klicks hier. Ne? Hier eine halbe Million Klicks. Das ist auf jeden Fall schon stark. Bei einer Zeit lang hatte er nicht mehr so viele Klicks. Hier zum Beispiel 98.000. 175.000, 190.000. Hier stand auch so ein bisschen der Kritik. Also, das lief dann nicht mehr so wie, weil er hat ja wirklich einen krassen Hype gehabt. Also, hier liefen ja die Videos richtig krass. Ne? 700.000, 500.000, 500.000, 600.000, eine Million, eine Million. Also, das war schon Wahnsinn. Und dann hat er auf einmal so diesen Skandal mit diesem Livestream. Und erst danach, nachdem so viel Kritik kam, dann hat er auch gesagt, ja gut, dann irgendwie mal irgendwas mit einem Sommeroktober. Ah ne, ich schreibe dir das nicht. Das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Er kommt einfach, oder er ist nicht mehr da. Sag mal es einfach mal. So viele haben ihm dazu geraten, aufzuhören, weil er aufgedunsen aussah, weil er nicht mehr normal reden konnte. Und er nutzt das sozusagen wie eine Art Promo, macht daraus Vlogs und zieht dann weiter in Clubs. So, ich kann es nicht glauben. Und da frage ich mich so, welche Motivation bringt ein Ron Bielecki? Welchen Mehrwert bringt vor allem Ron Bielecki? Was sehen die Leute in ihm, dass er sie motiviert? Denn mir ist aufgefallen, dass die Leute ihn seit vermehrter Zeit regelmäßig deabonnieren auf YouTube. Wahrscheinlich, weil... 3000 de-Apos an einem Tag? Hä? Ja, warte mal. Der hat 3000 dazu gekommen, 3000 sind wieder abgezogen. Hä? Also das ist weird. Also ich glaube, hier hat einfach was nicht gestimmt. Weil wie unrealistisch ist das bitte, hier 3000 de-Apos zu machen und am nächsten Tag machst du einfach wieder 3000 Abos. Zumal du auch hier keine Klicks angeblich generiert hast. Also das ist, glaube ich, ein Fehler eher. Weil nicht... Also das ist, also mit, ich sag mal so mit einem gesunden Auge, ja. Ist das hier, glaube ich, ein Fehler. Mehr dieser exzessive... Da das hier, das hier ist nachvollziehbar, ne. Man tauscht ein De-Abo ist okay, aber, aber das hier ist, das ist ein Fehler. Alkoholkonsum auf dem YouTube-Kanal zu sehen. Ja, du hast lustig. Teilweise findet man sogar Kommentare, dass man ihn deswegen de-abonniert. Und vielleicht kann ich mich täuschen. Leute. Sorry, aber ohne Saufen, so nah, das bist du uninteressant. Findet man sogar Kommentare, dass man ihn des... Voll langweilig. Besoffen war alles viel lustiger und geiler. Direkt De-Abo. Ja, Alter, ehrlich. Sauf doch einfach mehr, ja. Ja, fick doch deinen Körper. So, du bist voll langweilig. Du brauchst einfach den Alkohol. Ist auch nice, dass die Zuschauer da mittlerweile schon so drauf getrimmt sind. Deswegen de-abonniert. Und vielleicht kann ich mich täuschen. Vielleicht ist das hier alkoholfreies Bier, wo ein Gisalitos meines Wissens nach kein alkoholfreies Bier hat. Dennoch, selbst wenn dieser Fall zutreffen sollte, dass ein alkoholfreies Bier ist, animiert Ron Bilecki eine große Masse an Leuten zu saufen. Und seitdem du kein Heroin mehr rauchst, ist dein Content echt lame? Ja, definitiv. Ich kann es nachvollziehen. Es war exzessiv zu saufen, weil eben so ein Tornado, ein ganzes Bier, sich innerhalb von wenigen Sekunden reinzuschütten, das ist exzessives Saufen. Das ist kein normales Trinkverhalten. Und Ron ist dafür der Animateur. Ja, aber Ron hat mittlerweile einen Mittelweg gefunden. Ich lasse jetzt einfach dich klotz für mich bezahlen. Und deshalb war ich umso erstaunter, als ich dann diesen Post hier gesehen habe. Wo sind eigentlich die ganzen YouTuber, Streamer, Influencer und so weiter, die sich Sorgen um meine Gesundheit gemacht haben und es nur gut mit mir meinten? Keine Sau, zumindest ich nicht, hat sich Sorgen um deine Gesundheit gemacht, sondern um die Gesundheit deiner Zuschauer, um das, was du vermittelst. Wenn du saufen willst, dann mach es. Aber film das nicht und mach daraus einen Vlog und verdien damit Geld. So, wenn du ehrlich bist und sagst, ich habe ein Alkoholproblem, dann würde ich das unterstützen. Dann würde ich vielleicht auch schreiben, hey, finde ich voll cool, dass du das machst und so. Nice. Aber du machst eine Club-Tour. Wieso habe ich nicht von einem von euch eine Nachricht bekommen, dass ihr meinen Umschwung cool findet? Weil du eine... Stimmt allerdings. Also erst mal... Also ich muss erst mal... Das könnte wie so ein Meme-Bild gerade sein. Aber ich muss auch sagen, es hat sich halt wirklich niemand um Rons Körper interessiert. Es geht halt wirklich darum, was er halt vermittelt und wie er es vor allem macht. Das Problem ist, das ist selbst in meinem Freundeskreis angekommen, dass Leute den Tornado gezündet haben. Das hat mich ehrlich gesagt auch irgendwo ein bisschen enttäuscht. Vor allem mit Wodka das zu machen, ist ja sowieso einfach nur der Tod. Das ist einfach der Tod. Vlogserie daraus gemacht hast und damit auch nochmal schön viel Geld einkassiert hast, ne? Weil man macht ja nicht schon genug Geld mit dem ganzen anderen Scheiß, den du bewirbst, ne? Ihr bekommt auf meinen Perfekt-Wodka 50% Rabatt. Und außerdem, wofür? Ist es für dich eine Challenge gewesen, nüchtern zu sein? Hast du etwa doch ein Alkoholproblem? Kannst du es dann vielleicht mal richtig kommunizieren? Es ist deine Sache. Du musst dich ändern. Aber wenn du nach 30 Tagen wieder anfängst zu saufen oder selbst wenn du nicht saufst, sondern andere Leute dazu animierst zu saufen, sorry, aber was soll man daran cool finden? Was für einen Umschwung meinst du genau? Ich sag's euch mal, weil das alles Profitgeile... Weil das alles Profitgeile Loser sind, die sich nicht selbst an die Nase fassen möchten. Denk mal darüber nach. Ich kann den Gedanken natürlich verstehen, weil die Profitgeilen Loser, inklusive mir natürlich, verdienen ja Geld damit, dass sie Videos auf YouTube machen. Aber was bist du? Du verdienst Geld damit, dass du dir dein Hirn wegschießt. Du verdienst Geld damit... Eigentlich ist es traurig, ne? Also wirklich, man muss bei Ron, muss man ehrlich sagen, das ist so mit der einzige YouTuber, der es wirklich geschafft hat, nur verwerfliche Dinge zu machen und trotzdem gefeiert zu werden für die Scheiße. Also ich meine, überlegt euch doch, was er alles gemacht hat. NFT-Scam... Also so krass, NFT-Scam... Du hast Casino-Streamer... Also er ist Casino-Streamer gewesen oder ist immer noch Casino-Streamer... Vermarktet Wodka... Vermarktet weitere Alkoholsachen... Hat er noch irgendwas? Aber das sind so diese... Dafür wird man eigentlich schon sehr stark kritisiert. Aber er wurde immer gefeiert. Also überlegt euch doch mal diesen Skandal rund um Orange, Morage und Skirros. Klar, die haben sich auch nochmal ein bisschen dümmer verhalten, aber... Also so kommuniziert. Aber... Bei Ron wird das einfach gefeiert und der hat so immens viel Scheiße gemacht. Der hat so viel Müll gemacht, das ist Wahnsinn. Ja, die Tornado-Karte, das war ja glaube ich das in diesem NFT-Ding. Ich dachte, das war mit in diesem NFT-Ding. Damit, dass du Leute dazu treibst, Alkohol zu trinken. Rollmachtwerbung für Glücksspiel, für illegales Gl... Gut, dass ich es hier nochmal zeige. Glücksspiel... Wer ist... Panik auf Österreich? Warte, ganz gut, warte, 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 warte. Vollmachtwerbung für Glücksspiel, für... Warte, warte, warte. Hier zwei Lose zum Preis und eins, dieser Link ist für meine Freunde aus Österreich. Einfach Österreich, was zum Teufel? Illegales Glücksspiel. Wer ist der profitgeile Loser? Jetzt mal ehrlich. PS, schätzt die Leute, die in schlechten Zeiten hinter euch stehen. Viele von euch haben auch dazu gehört. Danke dafür. Stell dir mal vor, wir machen Tornados mit unserem eigenen Tornado-Bier. Und dann hat mich irgendwann so ganz plötzlich Tim Gabel angerufen und meinte, er hat Nico überzeugt, das zusammen zu machen. Tim war das? Ja, Tim Gabel. Freunde, die einfach Geld daraus machen, dass du deinen Konsum weiterhin stabil hältst. Ich meine, die Leute fanden es einfach lustig, dass du dich unter den Tisch säufst und irgendwas Seltsames laberst. Und das findet man super, das nennt man dann hinter einem stehen. Und generell frage ich mich, worauf man bei Ron eigentlich stolz sein sollte. Erstes Gesicht der Venus. Aaron Troschke und Marc Eggers gefällt das. Kann man seine eigene Meinung zu haben. Er macht eine Club-Tour mit einer Biermarke, wo er mit Jugendlichen säuft, die ausrasten, wenn sie einen Mann sehen, der wie 34 aussieht, obwohl er eigentlich 24 ist. Er ist 24? Alter, also man muss an der Stelle sagen, er hat echt viel Geld gemacht mit 24. Aber gut, theoretisch, ich könnte auch echt viel Geld machen mit 23. Ich bin auch bei 24. Wenn ich einen Casino-Deal annehmen würde, glaube ich, würde ich mittlerweile sogar ganz gutes Geld machen. aber irgendwie, keine Ahnung, ich werde es jetzt nicht so fühlen, sage ich euch ehrlich. Aber ich habe wahrscheinlich auch ein anderes Bewusstsein, als es ein Ron hat, was Verantwortung angeht. Aber guck mal, das ist so krass. Vor allem hat er eigentlich auch, durch Fitness, hat er eigentlich auch schon viel erreicht gehabt. Aber, ja, das ist dann draus geworden. Ja, viel Geld, nicht gutes Geld. Okay, ja, überstimmt. Ron macht Werbung für Glücksspiele, er macht Gewinnspiele mit dubiosen Leuten, genauso wie Shrine David und Co., wo es eben Coaches sind, die dich reich machen wollen. Ja, das ist meistens immer Dennis Los, übrigens. Ja, man muss auch fairerweise dazu sagen, dass er auch unabhängige Gewinnspiele macht, wo er eine Rolex verlost. Aber warum hast du es dann nötig, diese anderen Gewinnspiele zu machen, mit irgendwie so mehreren Profilen? Er kennzeichnet Werbung, wie er mal will. Er redet herablassen und denkt, die Welt dreht sich nur um ihn. Und das Witzigste ist, obwohl er bereits schon Werbung für Glücksspiele gemacht hat und in der Sache gegen ihn ermitteln wurde, macht er dennoch weiterhin Werbung für El Gordo. Um präziser zu sein, macht er Werbung für Lottoland. Meine Familie und ich, wir spielen El Gordo jedes Jahr zur Weihnachtszeit immer wieder aufs Neue, denn bei El Gordo gewinnt jedes sechste L... Also, das ist ja so eine Lüge, also das ist ja so offensichtlich, also das hat er bestimmt sich davor eingeprägt, ich wusste gar nicht, dass er sich so lange Sätze merken kann, aber das ist ja so unauthentisch. Also, unsere Familie, ja, unsere Familie, im Beisein auch meines Kameramanns. Wir spielen jedes Weihnachten und Silvester El Gordo. das ist Lotto auf höchstem Niveau und da gewinnen wir auch meistens extrem viel Geld. Das ist für meine deutschen Freunde da draußen. Unter diesem Link könnt ihr jetzt unfassbar viel Geld gewinnen. Es sind zwei Milliarden im Glostopf und da könnt ihr mal zeigen, was jetzt Farce ist und wo der Hammer hängt. Checkt jetzt den Link ab und wir sind alle glücklich damit. Dankeschön, euer Ron Bielecki. Los! Komm und jetzt komm in die Gruppe hier. Ein Unternehmen, das von allen Seiten als illegal bezeichnet wird und man sich Strafe machen kann, wenn man daran teilnimmt. In diesem Video könnt ihr eine präzisere Auseinandersetzung sehen mit El Gordo. Das könnt ihr dann gerne nach diesem Video hier schauen. Dass Ron so exzessiv trinkt, ist das kleinste Übel. Denn es wirkt einfach, wie jetzt bereits oft erwähnt, dass für ihn alles ein Spaß ist. Ein Monat nüchtern, zack, machen wir doch einfach Vlogs daraus und die Leute feiern es. Ich mache eine Club-Tour, aber ich habe die Balance, Leute. Und die Leute feiern es. Ihr seid mir egal und ich promote eine illegale Glücksspielseite, die keine Lizenz in Deutschland hat und ratter genau denselben Text ab wie Julienkos neue Und das ist das Ding, weil er ein Dulli ist. Wäre er kein Dulli, wäre das nicht so. Der ganze Tag auch die gleiche Thematik ist doch eigentlich auch bei Monte. Monte, ganz viel Glücksspiel, damals drogensüchtig und so weiter. Super viel gemacht, seine Großeltern beklaut, durch die Geschichte auch groß geworden. Ist ja auch alles gut, sodass er sich auch gut entwickelt hat, aber dann kommt sowas wie NFT-Bewerben, Glücksspiel-Bewerben, insgeheim Hinterrücks-Glücksspiel-Bewerben, Leute, die Glücksspiel machen, hosten, raten und so weiter. Wird da aber gefeiert, weil es ist ja ein Dulli. Das ist ja ein Dulli. Ja? Oder macht so, wenn er Rammstein hört, macht so, ich würde gern den hier machen. Sagt er da. Den hier. Also so, ne, den Gruß machen. Also so, wo ich mir so denke, so, das wird trotzdem gefeiert und es wird einfach weggesehen, weil es ist halt Monte. Wenn das irgendwie anders ist, so, ey, das wäre, ne, wäre schon schlimm. Aber weil es Monte ist und weil Monte halt ein Dulli ist, dadurch, dass er ein Dulli ist, kann man das halt machen. Das Deiche ist halt hier auch bei Ron. Obwohl das, was sie dort machen, extrem verwerflich ist. Jedes sechste Los. Jedes sechste Los gewinnt. Ist mir egal, weil es ist Ron Bieletzki. Ich meine, was willst du von ihm erwarten, ne? Ron macht nicht nur problematische Sachen, sondern ist das Problem selbst. Wenn er sich hinsetzen würde und sagen würde, Leute, so die letzten Monate, ich habe echt so viel gesoffen. Das war echt nicht gesund und vor allem schäme ich mich einfach dafür, dass ich einfach den Eindruck vermittelt habe, dass es in Ordnung ist, so viel zu saufen. Es ist nicht in Ordnung, dass ich euch animiere mit Wodka, mit meinem eigenen Wodka mehr zu saufen. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Alkoholkonsum vielleicht auch überhand nimmt, dann habe ich euch auch ein paar Links in die Infobox geparkt, wie Ken Dein Limit oder, 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 wo ihr euch informieren könnt, hey, ab wann ist das in Ordnung, ab wann ist das zu viel und was kann ich tun, wenn es zu viel ist. Aber nein! Das macht er ja nicht. So, er scheißt einfach drauf. Sag ich dir ganz ehrlich, das wird dann vielleicht ein bis zwei Mal nur noch monatlich der Fall sein. Vielleicht, wo sich so ein Anlass bietet, mal was trinken zu gehen, aber dann auch nicht exzessiv. Du hast aber auch noch was zu feiern! Naja, vielleicht ist das jetzt das eine Mal im Monat. Wir wollen es jetzt mal nicht so schlecht reden. Selbst wenn du es dir nicht eingestehst, was auch in Ordnung ist, das ist seine Sache, hast du die Verantwortung auf YouTube zu sorgen, was deine Zuschauerschaft von dir sieht und was sie von dir mitnimmt. Und wenn du die Leute unterhalten willst, okay, unterhalte sie. Aber doch nicht mit so einer exzessiven Scheiße. Nichts in die Richtung, stattdessen ein herablassender Post, wo er sagt, ja, wo sind denn jetzt all die Leute? Guck mal, ich finde uns einen Monat nüchtern. Und ihr kommt hier gar nicht an und sagt, ja, voll gut gemacht. Junge, so, was? Wenn du auf YouTube bist, dann bist du... Was gegen Monte schießen ist halt im Prinzip das Benden der eigenen Karriere. Also kommt auch kein Druck von außen. Also denk halt mal, dass sich viele nicht gegen Monte stellen wollen. Jajin, also gut, es gibt schon Leute, die haben auch gegen Monte was gemacht. Ich unter anderem auch. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich dafür jetzt so krass gehetet werde. Und das ist jetzt das Ende für mich gewesen. Bei Monte ist einfach das Problem, die Leute wollen sich einfach nicht verscherzen mit Monte direkt, weil die möchten auf Events eingeladen werden. Die möchten vielleicht, dass er auf sie reagiert und so weiter, ne? Also oder positiv übereinspricht, um vielleicht dann mehr Reichweite mitzunehmen. Ich weiß nicht. Kann ich mir gut vorstellen, dass es so in der Art ist. Und ich finde es irgendwie problematisch, weil ich finde, Monte, den kann... Also ist ja jetzt nicht so, den musst du ja nicht haten, aber so Kritik wäre ja schon ab und an mal echt angebracht. Aber machen halt super viele nicht. Und die Leute, die es machen, die werden blockiert oder da wird halt ein Scheiß drauf gegeben und dann macht er halt weiter sein Zeug. Das ist sehr schade. Das ist sehr, sehr schade. Also ihr habt es ja bei mir gemerkt. Ich hatte zu der NFT-Thematik damals auch, auch auf Twitter, hatte ich gesagt, ey, hier guck mal, du hast Scam beworben, weil ich schon davor ihn kritisiert hatte damit. Und dann habe ich gesagt, hier, hast du den Beweis, du hast Scam beworben. Und der Tweet ging halt ab, der ging halt ziemlich viral und zack, ich wurde auf Twitter blockiert, ich wurde auf Instagram blockiert. Ich bin ihnen nie gefolgt auf Instagram, habe denen auch nie eine Nachricht geschrieben. Auf Twitch wurde ich blockiert. Ich wurde überall blockiert, wo ich mir so denke, hallo, ich habe dir einfach nur aufgezeigt, dass du da die Leute abgescannt hast und das Scam beworben hast. So, das ist ja ein Fakt. So, das hat nichts mehr damit zu tun, dass ich dich nicht leiten kann oder so, sondern ich habe einfach aufgezeigt, dass das, was du gemacht hast, Scam war. Wollte halt scheinbar nicht eingestehen, musste mich überall blockieren und hat nie irgendwie mal ein Gespräch gesucht, außer dann irgendwie in einem Stream zu sagen, dass er mich halt nicht leiten kann oder dass er mich halt nicht mag und so ein Spaß. Verstehe ich nicht. Und, ja, aber das, ach du, auf Twitch war ich schon eher blockiert, auf Twitch, pardon, auf Twitch war ich schon eher blockiert, aber das wusste ich gar nicht. Das ist mir dann erst später aufgefallen. Im November war ich irgendwie blockiert oder letztes Jahr November wurde ich blockiert, ne, zur, was auch immer, was für eine Thematik. Ich glaube, weil ich ihn, äh, aufgrund des Glücksspiels kritisiert hatte, wahrscheinlich deswegen. Ich mag das auch nicht. Ich merke das schon, Klurak, ne, also werde ich, äh, auf Twitter weg, wegbannen. Das kriegt man schon hin. Bist du für irgendwen ein Vorbild, auch wenn du es nicht sein willst, aber du trägst Verantwortung, Peter Parker. Du trägst Verantwortung. Alkoholwerbung, Glücksspielwerbung, Fastfoodwerbung, all das muss reguliert werden und hat gar nichts im Internet zu suchen und schon gar nicht, wenn man irgendwie nicht mal Aufklärungshinweise oder so hintut. Bei El Gordo schreibt dahin ja einer, ist ab 18. Denk dran, Glücksspiel ist ab 18 und kann süchtig machen. Viel Spaß mit El Gordo. Bei Bier machst du es nicht. Warum dieses Wischiwaschi? Warum machst du es nicht aber einheitlich? Werbung wie diese sollte nicht normalisiert werden und sollte vor allem viel kritischer angesehen werden. Ja, weil das ist nochmal halt anders geregelt. Also ich glaube, bei Glücksspiel musst du das sagen mit ab 18. Weiß ich nicht, aber ich glaube, du musst es sogar sagen. Das ist in Deutschland, glaube ich, so geregelt, dass es Pflicht ist. Deswegen sagen die das auch in der Werbung so. Du musst es ab 18, dies, das, ja, keine Ahnung, Schleswig-Holstein, so eine Scheiße. Und bei Alkohol, dass es auch teilweise ab 16 ist, weiß ich nicht, inwiefern du es da sagen musst. Ich glaube auch, dass es ja dort beworben hat, dieses Salithaus, ist wahrscheinlich eine Bierart oder so und es wird wahrscheinlich sogar ab 16 sein. Und wenn du Anerkennung dafür willst, dass du nicht mehr säufst, solltest du nicht die Erwartung haben, dass Leute zu dir kommen und sagen, boah Ron, das hast du so super gemacht, ich bin so stolz auf dich, weil wir sind nicht deine Freunde. Wir sind alles nicht deine Freunde. Und mir ist das so egal, was mit Ron Bielecki passiert, aber mir ist das nicht egal, was er auf YouTube vermittelt. Wenn du irgendwelche anderen Süchte ausleben willst, mach das. Mach das privat. Aber geh mir nicht auf die Eier hier. Aber setz dich nicht vor so eine breite Masse hin und mach... Scheiß ins Video rein hier. ...dach dann darüber noch Videos und mach vor allem keine Club-Tour. Ich finde es einfach so schade, dass das so viele feiern und dass das manche wirklich als Motivation ansehen. Ich meine, wenn euch das wirklich motiviert, okay, aber er ist halt ein Widerspruch in sich und das finde ich halt alles sehr fragwürdig. Aber gerne könnt ihr mir eure Meinung dazu schreiben. Schreibt mir alles, was ihr wollt und dann sehen wir uns im nächsten Jahr. Gehen auch Beleidigungen? Nee, ich mach das mal nicht. Auf euch. Lasst mir gerne ein Abo. Nein, ich wollte nie woanders hin. Das kotzt mich bei YouTube so an. Auf einmal bin ich in einem anderen Video drin. Da wollte ich nie hinklicken. Ich finde es gut, dass ich es so offen und ehrlich anspricht. Oftmals trauen sich da die Leute ja auch nicht so, weil eine Connection zu größeren Leuten und ach, das ist das andere.